Bitte ganz natürlich jetzt. Und wie war das nochmal? Ihr wisst schon, dass es schon drauf gedrückt ist. So Freunde, wir haben es geschafft. Das schneiden wir eh nicht. 2012, wir haben die Annika wieder getroffen, so nach einem Jahr endlich sehen wir uns mal wieder. Also ich weiß nicht wie er es macht, aber plötzlich steht er immer eigentlich in genau dem gleichen Gang vor mir. Und ich denk mir immer so, da ist er wieder. Was ich dich fragen wollte, was sind jetzt so deine persönlichen Highlights dieses Jahr auf der Gamescom? Was hast du schon gesehen? Ich werde das immer gefragt und dann erwarten die Leute immer, dass ich irgendwelche Knatter, Baller, Krachospiele nenne, die ich nicht nennen kann, weil ich das nun mal wirklich nicht spiele. Du bist ein Casual Gamer. Ja, genau. Casual Gamer, geiles Wort. Nee, also diese ganze Monkey Island, Monopoly, Tanzen hoch und runter, also alles was geht, Winter Games, irgendwas. Ich hab letztens Bogen schießen... Ah, das war die Dinge, das war gar nicht Playstation, das war... Entschuldigung. Mit dem Licht hat die Kamera...